ja also hier irgendwo lang okay hier waren wir doch schon mal ja hier waren wir schon mal folgen wir mal den gleisen ok lalala den gleisen die mafia voll und fritteusen halter oder so licht einfach schwimmen einfach erinnert mich irgendwie an findet nemo weiß nicht wieso wo sind wir denn jetzt schutzwestern auch gut auch schweißen kino lang uhr sind es schon näher als man denkt zum atomkreis zum kernkraftwerk oder was okay falsche richtung gehen wir mal die treppe hoch okay ja ja das ist auch gut sniper ja hier liegen ja auch übel waffen rum ist ja auch warte kurz ich muss fusten bin ich wieder da was gibt es hier denn tolles ach nichts cool wir sind zu unserem ziel schon nahe ja der hund geht gegen in geht geht gegen die wand vorher war er sniper so wie kann man bretter wegtreten bähm ich mach alles kaputt ich äh wasch laberstus die katze hat bestimmt vorher bei ballon gespielt o mein gott ich fühle mich gerade irgendwie verarscht wo lang mhm kacke fließt in den sumpf ja wasser eher gesagt das fliegen wir da noch rein äh was hat irgendwas mit dem gebäude hier zu tun katze p p p oh scheiße t h muß ich rausschneiden scheiße rausschneiden ok ähh ähh habe ich was zu rauchen 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 nö leider nicht Was ist das denn? Pickelpirat. Boah, jetzt sind wir ganz woanders. Das ist doch nichts. Oh mein Gott. Was ist denn hier los, sei verdammt. Einer fängt an, eine Waffe zu zücken und... Oh mein Gott. Die greifen ihren eigenen Freund an, wie... Oh mein Gott. Chillt doch mal. Ich glaube, ich schreie zu laut ins Mikro. Oh mein Gott. Da müssen wir... Ja genau, da bloß... Wie kommen wir da rein? Was haben... Wie geht das hier ab? Okay, da... Hier, okay. Ja. Noch mal auf die Karte gucken. Ja, das war schon richtig zu sein. Ja, wir sehen uns dann gleich wieder hier. Ich mache eine Aufnahme bei Hause. Tschüss us... Tschüss us... Tschüss us... Tschüss und bis dann. Hallo meine Freunde. Zurück bei dem Let's Play Postal 2. Ja. Wir gehen hier weiter. Wir wollten hier... Auf der Karte, wo uns das gezeigt ist, dass wir da hingehen sollen. Also gehen wir da jetzt auch hin, ne? Da hat, glaube ich, jemand gerade Sex gehabt. Und war voll gestöhnt. Verpiss dich. Hey, schau, wo du gehst. Ach, geht doch. Anscheinend müssen wir... Fast runtergefallen... Den Weg hier entlang. Und hier. Napalm... Okay, bezahlen wir mal. Okay. Wir sollen... Die Treppe runter und dann nach links, okay. Oh. Und wieso ist hier ein Ladebalken? Ach ja. Naja, wir sehen uns dann gleich. So, also... Fick dich. Woh lang müssen wir denn... Uh, Telefonzahlen! Will Call. Okay. Wer ist Will Call? Okay, lassen wir zu Will Call gehen, okay. Was ist das denn? Werden hier... Oh, ist das laut gerade. Oh, laut. Leiser, leiser. Leiser. So. Werden hier Atombomben gemacht, oder was? So eine Wasserstoffbombe. So, da geht's. Oh, hier mal ein Streichholz zünden. Ah, ja, ja. Boom. Alle tot. Wohin geht das? Wohin geht das? Wow. Da ist gar nichts drin. Das ist ja toll. Eine Bazooka? Lol. Da will ich hin, da will ich hin, da will ich hin. Auf zur Bazooka. Hä, toll. Hat auch was gebracht. Hier... Ja, fick dich hier irgendwie. Ja, egal. Okay, lang gehen. Da sind die Pfeile wieder. Zu Will Call. Wer ist Will Call? Egal. Will Call. Will Collins vielleicht. Man weiß es ja nie. Will Call da lang? Da lang oder da? Achso, da oben da. Seht ihr das? Da oben da. So, so. Die Treppe runter ist klar. Nee, hoch. Okay, hier hoch. Was ist das? Oh, fast runtergefallen. Lass mich die ganzen Wege mal versperren, ey. So. Ich hab so ein dumpfes Gefühl, dass gleich was Schlimmes passieren wird. Wo wird das denn? Okay. Nehmen wir uns das einfach mal. Und haben's geschafft. Das ist ja auch toll. Es ist die Zeit gekommen zu arbeiten, Mr. Napal. Napal. Napal heißt das mal. Oh mein Gott, was passiert denn jetzt? Explodiert das jetzt alles? Oh, nee, ne? Okay. Der kotzt dahin, wie geil. Oh. Es ist explodiert. Oh, und wieso explodiert das denn? Aha. Es geht dahin. Oh, nee. Das kippt jetzt darüber. Oh, oh. Laut. Oh mein Gott. Oh.